Hallo Leute, Kilo Spoon ist weg, aber er ist immer nur in diesem Haus. Ich geh mal aufs WC. Wer ist das? Scheiße. Er verfolgt mich. Was ist das? Stopp! Ich weiss, der Spoonkiller ist ein Geheimnis. Er ist gay. Und wenn jemand seinen Löffel bricht... Ich hab seinen Löffel. Ich hab seinen Löffel. Was sagen Sie damit? WTF? WTF? Nein! Nein! Aaaaah! Ciao Leute! Ciao Leute! Ciao Leute! WTF? WTF? WTF?